Ich würde dir sogar empfehlen, als nächstes diese Pierce Nauts zu nehmen. Bei der Ascendancy. Oder... Ja, wir müssen ja erstmal... Ja, bei der Ascendancy, wenn wir da fertig sind. Oder hast du das schon gemacht einmal? Nein. Ich geb's da jetzt eh 2-Skillpunkte. 2-Skillpunkte. Und die letzten überlegen wir uns dann auch, was ich da rechts geskillt hab mit diesem Poison & Bleach Hit. Das schauen wir uns dann noch genauer an. Weil... Also vom... Vom... Mind her... Also... Von der Logik her würde das halt mehr bringen, als wie jetzt ein Chain, weil das Chain auf Tornado Shot ist worst ever. So eigentlich. Weil's dir nicht zwingt, dass die Pfeile, die rausfliegen aus dem Tornado Shot, herumchainen. Weil die nicht so viel Schaden machen mit dem Tornado Shot selbst. Also aus dem Tornado Shot, Chained nicht. Ja, einfach. So. 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 Und was gibt's kurz jetzt? Gargoyles. Nicht umbörsen den Boss einfach. Warten bis er die Gargoyles aktiviert, weil die nehmen keinen Damage, wenn sie nicht aktiv sind. Da gibt's einen grünen Strahl und dann die Gargoyles töten, wenn sie gestrahlt sind. Weil wenn wir die Gargoyles wegmachen, nehmen wir ihm Damage in der letzten, also nehmen wir ihm Damage für die nächsten Fights weg. Aber wir können sie halt nur Damagen, wenn sie gelingt sind, sonst haben sie Damage-Deduction wie Sauer. Na, Miko wirbelt einfach trotzdem. Keine Ahnung, wir machen nichts Damage. Ja, aber jeder Gargoyle, der überlebt, bufft seinen Damage. Das meine ich nicht jetzt. Nein, das meine ich nicht. Das war nur, ich wirbel einfach, weil ich mir Spaß macht. Weil mir hier nichts Damage macht. Außerdem hör ich grad Pong Dance, wie will man denn da nicht wirbeln? Warte, ich muss bald in Unterricht. Fuck, ich hab das voll vergessen. Was ist los mit euch, Alter? Die Saubleib hat genauso viel Movement Speed wie ich. Es hat genauso den Movementspeed wie ich. Ich hab mir gedacht, ich outrun das, aber nein, es ist so schnell wie ich. Aber halt nicht Rölfzig MS-Schuhe. Ich auch nicht. Sackgasse, jetzt. Yes. Schauen wir mal, bei mir geht's weiter. Ich schau mal wo's hingeht. Ja, da sind wir gut. Bei mir ist gut. Wollen wir nicht den Mario abhängen? Ich bin eh da, ich brauch nur den Giftfußspuren folgen. Haha, war einer. Da muss ich jetzt zum Trial gehen, also da existier ich nicht so an, das ist ein Trial Weg. Ja, das ist der falsche Ausgang. Bei mir ist das falsch. Ja, bei uns geht's weiter. Wo genau? Dort, wo du mich da teilen bist. Okay. Ich bleib immer auf der Karte, dass du mich siehst. Ich hab euch schon gesehen, passt schon. So, schauen wir mal, was Cizarro jetzt für Buffs hat. Das ist das da oben, das Plateau sollte leer sein, ja. Ah, ich muss Rocketdog noch töten, aber ich fahre einmal die Hindle drauf und starte WoW mit, nehmt Cizarrofeil. Was kommt da jetzt da? Ah, die Guardians töten. Da kommt der nächste. Und der letzte kommt. Und der nächste kommt. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Die Götter und der King of the Hillegis guild. Ow, 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 ow! WTF, eyre, geht ab! Jolo! WTF, ist da kaputt mit den Dingern? Eyre! Ich kann nicht flaschen, eyre! Ich kann nicht gedrückt noch. WTF? Nein, nein, nein! Dyer! 4! WTF? Das Chaos-Damage ist, das Poison, oder? Ja! Poison-Dots! Minus 6, Minus 4, die Gähe da kommen! Ja, bitte! Die Tür! Ich glaube, ich warte 4 Stunden, bis da einer anders ist! WTF? 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 WTF?! WTF? WTF? Mit dem Live-Litch-Game. Du spielst, dass deine Mana-Kosten dein Energy-Shield sind, oder? Dann musst du spielen Live-Litch-Applies-To-Energy-Shield. Ja, dann brauchst du halt irgendwo Blablabla-Litch-The-Slife-Lightning-Damage-Litch-The-Slife auf irgendeinem Item. Oder auf der Waffe. Ja, das war der letzte Trial-Flocki. Was hat er? Ach so, nein. Nein, was hat er, schau auf seine Items. Alter, wenn der einen portet. Schicken wir nochmal den Bild. Das ist der Port. Achtung. Wenn der jetzt da zu irgendwem hingeht, wird's geportet. Alter, es ist einfach so viel. Geh weg von mir, ihr Zaro-Hohren-Sohn. Geh weg von mir, ihr Zaro-Hohren-Sohn. Da ist die. Ja, Markus. Es ist nicht ein Gear. Ah, da unten ist ein Light-N-Gain. Bist du debittert, oder was ist denn da? Das war's. Kann ich noch Sch-It. Ja, ja, hab' schön. Glaub's, auch Boots? Ah, Boots. nehmen weil du kannst da nur boots machen weil warum solltest du für glaubst das schwerere machen 16 bis 24 bei der mcpf kreisend er hat das ist schon eher was ich meine da liegen noch gelbe ich habe auch vielleicht ist irgendwas gutes für mich so also jetzt aber ich habe noch keine europäische es gibt aber das dem pierce geben oder besetzt mit einem feier zurzeit jetzt mit einem bild so komisch hat man das auch geschafft wenn ich so schwer die schade machst jetzt mit mir fertig also sagst du kaufel position mal und dann ausprobieren wie es mir ist ja ich bin halt schon auf jeden fall weil dieses weibling schittigen das muss immer noch überlegen ob das gut ist als es geht das so was ja und du kannst ja auch es enden sie punkte riechen brauchst fünf regress pro skil punkt also für frees back points pro senden sie punkt also ich bin noch in cool denken wir gerade warum recken die mobs so schnell also ja und für den anderen geben brau muss ich zuerst die quest machen für welchen pierce theoretisch nicht für fate ist das nicht ja das ist was ist Nein, derzeit nicht, ich bin im Trial, also im Labyrinth. So, Flocki, wo, wo? Auf deinen Heavy Belt hab ich ja nicht vorher eine Rese gecraftet. Kompletten Arkt treiben muss ich noch machen. Ah ja. Ja, dann geh ich einmal ins Crematorium. Warum eigentlich nicht? Du kannst auch mal Labyrinth Quest machen, wenn du möchtest. Soll ich das in Merciless oder in Cool machen? Also die Library machen, die Library machen einfach in Normal. Die Games kannst du dann kaufen, wenn du sie einmal gemacht hast. In jeder Schwierigkeit oder was? Ja. In jeder Schwierigkeit. Okay. Gürtelgabens war das. User joined your channel Tschüss Juhu Hey! Ich jetzt einmal im Kreis laufen? Okay, dann lauf ich halt im Kreis. Und warum nicht? Hast du eh keinen Stress? Eh? Eh?